so ich bin zwar noch im laden aber ich muss unter keiner flagge auf jeden fall noch mal spielen das andere habe ich schon angefangen ich nehme erstmal einfach easy alles easy ich spiele es eh ein paar mal durch am anfang verlaufe ich mich eh nur alles gut ab geht's okay ja weiter los ich will reißen tup 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 ich will nicht nur schwarz sehen bitte worte dann füge ich nur einen schluck kaffee wuss ich bin knasti was soll das ist doch nicht so aufs Gesicht ich bin natürlich billy briger ich bin natürlich billy briger ja oh ja und das alles ich bin sicher ich bin zu하시는 nein ich bin ich bin ich bin j Anthem ich bin und ich bin ich Leute, ich muss mal jetzt in der Zelle, ich will raus! Lasst mich irgendwas machen! Na klar! Wow! Oh, ein Fisch! Ich bin zu gerne am Scheißen her. Ja, ich werde mich auf ein Kugel Eis rein! Heute habe ich mich angebangern und auch für eine Flage! Oh! Oh! Ja! Okay! Oh! 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 Ja! Was haben wir denn hier zu tun?! Auf und rüber, bam. Mach ich doch! Zett, Bauchlage! Okay, ich komme, ich komme! Wie komme ich aus der Bauchlage raus? Oh Mann! Oh Mann! Oh ja, ich komme hier alle Zeit. Ich bringe die Missers manchmal. So lass es euch wissen, oder? Du wirst nicht wissen, wo wir gehen. Hör, diese Druck braucht eine bestimmte Menge, um zu denken, verstehst du? Na klar. Ja, gut. Ja, gut. Oh, das ist so idyllisch hier. Jetzt mach mal, BÄM! Ups, Alter. Nimm dein Fernglas und sag mir, was du siehst. Nimm das Fernglas und sag mir, was du siehst. Coo! Ich sehe! Ich sehe, dass ich nicht... Ah! Ein da, ein da, ein da, ein da. Vielleicht ein Airstrip von der Distanz. Der Hänger da ist wahrscheinlich steckert. Also wenn du hier runter bist, put dein Finger aus dein Arsch und find a way inside. Okay, da ist nichts. Da ist ein Feind, da ist ein Feind, da ist ein Alarm. Da ist ein Alarm. Oh, 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 oh. Okay, ich hab alles, mein Freund. Kann man loslegen? Oh. Ja, das stimmt. Oh! Toll! Toll! Sollte ich jetzt nur irgendwas mit nem Schalldämpfer haben? Aber natürlich nicht! Warum nicht? Wo werd ich denn im Nacken raus? Ja, Baby! Tja, tut mir ja leid. Was wollt ihr ja? Ich krieg jetzt mal wieder. Kann ich den Wind kriechen? Nein! Nein! Danke schön! So meine Freunde! Uiuiui, das wird ja lange gedauert! Sooo, weiß jetzt einer was meine Aufgabe ist? Ich weiß es nämlich leider nicht mehr. Und jetzt hätte ich gerne eine Sniper mit Schalldämpfer. Nope! 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 Okay, nice! Aber egal! Dann gehts halt weiter! Tja! Ich kann dich nicht einfach schräg weglaufen. Aber natürlich! Darf ich hier einfach nur noch 200 Meter schaffen? Nein, ne? Dann gewann wir denn? Ja, ne? Ja, ne, ist klar! Sollen wir was machen! Das will ich jetzt für den Sniper leben! Das ist ja nicht so los! Sowas hört ja keiner! Zack! So Freunde! Und jetzt! Hm! Hätte ich gerne einen Sniper! Oh Gott! Irgendwo da links kann ich mir einen Sniper holen. Au! Was kommt das? Okay! Und da seh ich meine Sniper! Die will ich haben! Das ist meine Sniper! Die muss ich haben! Tut mir leid! Wer die? Gib mir die! Wo ist sie? Hey! Das ist alles? Was? Okay, da ist ein kleiner Krieg hier! Ich steh den! Ah, okay! Hast du vielleicht das Sniper mit Zielfern raufgeflogen? Nope! Faith! Das ist die Schreie? Schöne! Ach! Ja, lass ich mich jetzt lieber damit zurückziehen! Hm, 일단 ist der Schwig�, von Flaster und Meister anstatt! Nein, ich hab den Sani erschossen! Macht man sowas? Ich weiß es nicht, oder nicht? Oh ja, ist das meins! Ich kann es fahren! Oh ja, das gehört zu mir! Nice, ich liebe es! Ich würde mich gerne nicht mal was lassen gehen. Danke! So, wo muss ich denn jetzt mal so hinlegen? Ich würde einfach mal hier links abbiegen. Oh ja, zwei, da muss ich leider... Ja! 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 Oh ja! Fizit improving! Das war gut! Ich hab' nicht mit den Garten. Bäm, Alter, ich kann's nicht rüberfahren, oder? Das ist doch nur... Ich kann's nicht rüberfahren, oh nein, der hat ja einen Ballet, glaub ich, oder? Oh ja, hat er. Ich brauch' eine Bazooka. So, Finder und Panzerfaust. Ja. Oh, Mann! Oh! 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 Pfff... Hu juh! Ok... Ich hab eine Pistole, aber ich hab keine Raketen mehr... Aber was haben wir an dir, Franz? Ja Baby, es ist... Eine Pumpgun, ich will keine Pumpgun, ich will einen Raketenwerfer. Ja Anna, doch mal bitte einen Raketenwerfer von euch. Hallo? Okay, war das irgendwas lustiges? Nein, den war es natürlich nicht. Okay, dann suchen wir mal einen Raketenwerfer. Hier ist doch bestimmt einer, oder? Was ist das? Munition. Oh Mann. Also die werde ich auf den Fall mal benutzen, aber das macht Spaß. Ohhhh, nein. Was ist das? Oh ja. Mit Hosen suchen sie. Dummdi dummdi dumm dumm dumm. Ihr werdet ja wohl in euren Baracken hier einen Raketenwerfer umgehen. Oh bitte. Oh ja, das will ich probieren. Oh Gott, ich liebe es. Einfach eine sinnlose Zerstörung. Hehehehe. Oh ja, das ist... Deswegen liebe ich Platt-O-Tiel. Da man alles sehr ballern kann. Da geht nicht jetzt. Hallo? Okay, wer ist das noch nicht jung? Einfach mal nicht... Was? Und wo? Aha, okay. Ja. Hm. Die Frage aller Fragen ist, wo ist jetzt ein verdammter Raketenjahr? Hm. Okay. Komm schon, gib mir ein. So, jetzt möchte ich wirklich einen Raketenwerfer haben. Das finde ich jetzt nicht mehr so nice. Wie bin ich aber schon weggelaufen? Oder muss ich überhaupt keinen Raketenwerfer finden? Oh mein Gott, nein. Muss ich gar nicht. Oh, da bin ich verstreit. Oh ja, das ist ein Stuka, das suchen wir. Nein! Okay. Dann nehmen wir die Munition mit. Okay. Wo-ho! Wenn du hier rauskommst, diese spezielle Explosionen für dich, dann besser werden sie wirklich sehr speziell. Wait für ihn! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hier sind wir. Fritz ist schitter, und ich versuchte dir eine Sache. Eine Sache, die du mir sagst, dass du eine große Explosion ist. Nein, du kannst nicht. Was war das? Aufgrund von deinen teathingen Problems.